So, wenn alles gut verpackt ist, dann lass uns mal verduften. Wir legen los. Gauch, 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 wir machen's. Jetzt legen wir los. Achtung, die Fahrbahn frei. Jetzt legen wir los. Dann können wir mal abdollern. 10-10 Erstes Schmein, das Ganze. Wir wollen uns erst mal angewöhnen. Wir müssen ja nichts für das Ritteressen. Dann haben wir den Palat, denn der Kotzt, der Punkt. Da guckt sie jetzt auch mal sparsam. Ja, dann ab zum Feier und rein hier. Jetzt gehen wir mit den Asi aus, Schätzchen. Das ist wie in der Waschmaschine, da fehlt nur das Neuron. Weil gut macht das so. Wir wollen doch noch, oder? Zicke zacke, zicke zacke. Zicke. 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 Dicke. Das war's für heute. Und die ist erst dann wieder raus, wenn es für die Kinder mehr Taschengeld liegt. Heeeh! Hocao! Das war doch Novo. Wer den Windstrex hat muss er auch nicht bekommen. 5! Hier kann Studio M im Radio-Karpe-Power und alles einräumnis weiter an! Einer geht noch, Einer geht noch, Zicke Tocke, 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 Zicke Tocke Tocke, Zicke Tocke, Zicke Tocke Tocke, Zicke Tocke 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 Lass uns auf die Finale. Lass uns auf die Finale. Das muss reiben, ne? Jetzt gibt es auch mal den Hacken. Lass uns auf die Finale zurück allez! Die E-Sport ist der letzte Motto hier. Das war's für heute.